Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ich 1,69 Meter groß bin, 69 Kilo schwer und meine Kuh 69 ist. Zu wenig, sagt Dr. Brunner. Zu wenig. Vollkommen ausreichend, sagt mein Papa. Vollkommen ausreichend. Und mein bester Freund Ludwig sagt, so viel hätte er auch gern. So viel hätte ich auch gern. Das ist schön und praktisch, weil ich muss mich um nichts kümmern. Das macht alles Papa. Mein Papa ist sowieso der Allerbeste. Wenn ich nicht ich wäre, dann wäre ich am liebsten er. Papa ist an seinem Brotzeit gestorben. Und Opa auch. Ist das dann bei mir auch so? Du stirbst noch sehr, sehr lange nicht. Ich möchte einen Sarg kaufen. Und eine Beerdigung brauche ich auch. Wer ist denn hier verstorben? Na, ich. Und woher weißt du, dass du in den Himmel kommst? Ich komme in den Himmel, weil ich habe ja noch nie was angestellt. Ja, aber du hast auch nie irgendwas getan. Und man muss nämlich immer irgendwas tun, um irgendwo hinzukommen. Was muss man eigentlich genau tun, um in den Himmel zu kommen? Was Gutes. Für andere. Gute Taten. Ich glaube nicht, dass das gilt, wenn man zweimal die gleiche Person hat. Ich spinnst du? Nee. Eine Lieferung für Finn Mulzer. Ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe beim Ausladen. Geil.